Puh, soll ich den aufmachen? Ja, bitte. Echt? Soll ich den aufmachen? Eins, zwei, es bewegt sich schon was. Was glaubt ihr, was da drinnen ist? Ein Monster, ein Frosch. Eigentlich hat was was, ein Frosch? Ein Frosch. Achtung, ich komme raus, 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 ich komme raus. Hallo, du, ich will mich nicht antun. Oh, ich kenne dich. Hast du kenne dich? Ja, natürlich. Wir waren ja gemeinsam im Kindergarten. Wir zwei waren gemeinsam im Kindergarten, ja? Natürlich, hey, wir haben gemeinsam in der Sandkiste gespielt. Das große Riechen. Echt, wir zwei? Ja, du hast mich immer an den Haar gerissen. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich habe immer Sand in die Augen gestrahlt. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Du bist Robin. Robin, du bist Robin, na, na, na. Oh, ich weiß schon, du bist Marion. Lady Marion, bitte schön. Oh, du liebe Lady Marion. Ich bin ein Wurzfrau, mein Mann. Oh, genau. Und Robin, du bist ein Kemp. Marion. Ja? Du bist der Anschau. Ja, du bist. Ja, du bist. Auf den ersten Blick. Ja. Ich bin ein Wurzfrau, mein Mann. Ich bin ein Wurzfrau, mein Mann. Ja, ich bin ein Wurzfrau. Marion, ich liebe Lady Marion. Du willst es sehen, es wird doch alles gut. Marion, ich bin ein Wurzfrau. Seit ich dich hab gesehen, erfüllt mich neuer Wut. Marion, ich bin ein Wurzfrau. Seit ich dich hab gesehen, erfüllt mich neuer Wut. Seit ich dich hab gesehen, erfüllt mich, erfüllt mich, erfüllt uns. Marion, das sind so schreckliche Zeiten heutzutage. Ja, aber es waren noch nicht bessere Zeiten. Doch, es werden bessere Zeiten kommen, ich weiß es genau. Hey, kommst du mich mal besuchen? Ah, wo bist du denn? In der Burg. Was? In der Burg beim Sheriff? Natürlich, ich bin ein Wurzfrau, mein Mann. Also natürlich. Du, der Sheriff, ich glaub, der ist scharf auf mich. Was, der Sheriff? Ja, der ist ein bisschen von mir. Und, hast du denn schon eins gekämpft? Nein, natürlich nicht, was denkst du hin? Dann bin ich ja auch noch mit, mit meinem Reisekoffer. Ah, das ist ein Reisekoffer? Ja, schau mal, was da drin ist. Was ist denn drin? Na, alles, was man braucht. Geilt man ein Jahr, das Wichtigste, dann ein Jahr. Was? Das Badezimmer. Ja, natürlich, das Badezimmer zum Rindelaschen. Desinfizieren. Ja, natürlich, sehr wenig. Und daneben? Was ist daneben? Die Küche. Oh, die Küche. Was kochst du denn heute? Spaghetti. Oh, super Spaghetti. Spaghetti, toll. Und daneben? Daneben ist das Wohnzimmer. Und zu, ist denn auch der Wohnzimmer dazu? Zum Pärzinschauen. Ja, natürlich. Und daneben? Daneben ist das Schlachtzimmer. Vielleicht schon. Achso, ja, das Schlachtzimmer. Und daneben? Und daneben, was ist denn? Was denn? Das Klo. Ja, das Klo. Ja, das Klo. Ja, das Klo. Ja, das Klo. Versprochen ist, wer? Spocken und wird noch nicht. Ja, ich hab's versprochen. Ja, ich hab's versprochen. Ich, schnell, versteck mich. Der Wachsodat hat nicht wissen, dass wir gesprochen haben. Ja, genau, der darf das nicht erfahren. Schnell. Also, musst du mich besuchen? Ja, ich hab's versprochen. Ich versprochen? Ja, versprochen. Ich bin, ich bin versprochen. Natürlich, ich komme, ich komme, ich komme. Ganz versprochen. So, schnell, alles reinstupfen, damit der Wachsodat nicht passt, dass ich mit der Marion gesprochen habe. Ah, schnell, so, so, zack, benggbom, zack, benggbom. Ich halte den Hommelett, brrrr, 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 brrrr. So, ja, wachsodat. Alles gut. Hast du deinen, äh, Pferdeführerschein? Zack, breb. Einen Pferde. Weg, 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 bin ich ja nach Hause gegangen. Ich weiß schon, wo habe ich denn, wenn ich jetzt nicht momentan. Ah ja, da. Nein, natürlich, da habe ich Pieschero. Oh, danke schön, Pferdeführerschein, ja. Hat zwei Augen, ja, das stimmt. Ja, eins links, eins links, eins links. Blau und eins Grün, ja, das ging auch, ja, sehr gut. So, Max-Voldat, du verfreit der Bahn, jawohl, gute Fahrt, gute Fahrt. Ja, ihr Robin Hood hat Marion wirklich einmal geschaut. Ja, natürlich, er hat es ja ver... Verbrochen. Ja, und versprochen ist versprochen, und ihr habt nicht gebrochen. Eines Nachts, es war ganz stockfies, da kein Grund am Rumpel, da schriech er hin zu der Burg, und, oh, oben, in der höchsten Turmspitze, da brannte in einem Fenster noch das Licht. Schnell, oh, das muss das Turmzimmerchen von der Ready Marion sein. Wie komme ich da rauf? Ah, Gott sei Dank wächst wilder Wein im...